Als Ohrmuschel bezeichnet man den äußeren, sichtbaren Teil des Ohres. Der größte Teil des Ohres ist ja im Kopf drin, das sogenannte Innenohr. Die Ohrmuschel hat als Aufgabe, den Schall zu sammeln und dann in den Gehörgang hineinzubringen, sodass dann das Trommelfell pulsieren kann und das Trommelfell gibt dann die Schwingung ins Innenohr weiter ab. Was dann Sinneswahrnehmung ermöglicht. Ohrmuschel kann größer sein und kann kleiner sein und manche Menschen ziehen bestimmte Schlüsse auf den anderen, je nachdem wie groß oder wie klein die Ohrmuschel ist.